Hallo und herzlich willkommen liebe Gamefreunde zu einer nagelneuen Runde Minecraft PvP Bad Wars am heutigen Mittwoch nach dem großen Unwetter, das wir unten im Süden Gott sei Dank nicht ganz so doll mitbekommen haben. Aber das muss ja schon heftig gewesen sein. So, wir müssen hier noch ein bisschen warten. Vier Sekunden, okay. Da ich nämlich vorhin, ja, ich habe die Runde nicht rechtzeitig verlassen. Vorzeitig, rechtzeitig. Ich habe die Runde rechtzeitig verlassen. Ich habe die Runde vorzeitig verlassen. Aber unser Internet spinnt heute wieder ein bisschen. Ich hoffe auch, dass das jetzt funktionieren wird und durchgängig mir nicht wieder einfach den Server abschneidet, weil nämlich unser Kabelanbieter XY heute ziemliche Probleme hat. Das kann natürlich auch gestern mit dem Sturm gestern zusammenhängen, dass da ein bisschen, ähm, bisschen was kaputt gegangen ist und die das heute erst wieder reparieren müssen. Aber das, ja, da müssen wir jetzt mal abwarten. So, wir sind vier Teams. Rot, Grün, Gelb und Blau. Komm, gib mal so welche Dinger hier. Okay, bei Rot, Leften die Leute gerade. Warum auch immer. Da gibt es nur noch einen einzigen Spieler auf der Arme. Der muss jetzt ganz alleine irgendwie rumkämpfen. So. Ich habe im Übrigen... Achso. Boah, dann mach du mal. Von mir aus. Ja, aber dann mach auch und stehe hier nicht rum. Ich habe voll... Der ist da nicht rumgestanden, oder? Ich habe total die Lacks gerade. Scheibenkleister. Alter. Äh, der ist heute wirklich blöd mit dem Internet. Ich bin froh, dass es überhaupt funktioniert, weil ich war eigentlich schon dabei, ähm, mit dem Handy ein Video aufzunehmen, um euch Bescheid zu sagen, dass ich heute nicht aufnehmen kann. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass der Probleme hat im Internet, aber ich befürchte fast, dass es meins ist. Das ist echt doof. Und eben heute den ganzen Morgen ging gar nichts. Das einzige, was funktioniert hat, war das Telefon. Aus Internet. Nienten. Nada. Nuller. Gar nichts. So. Das reicht nicht bis zur Insel. Das habe ich mir fast gedacht, aber... Oh, aber du fasst hier. Nö, nö, lass mal. Ja, weg. Ich habe noch nichts. Ich kann dich nicht mit Ziegelsteinen schlagen. Radiergummi 34. Komm, mach ein Blatt. Schaff das? Oh, okay. Der hält den auf. Alles klar. Oh. Zwei Golds. Sind wir jetzt auch nur noch? Ne, wir sind noch zu dritt. Machen wir hier so. Holen wir uns ein Schwertchen. Achso. Nee, Quatsch. Machen wir hier. Sind wir ge... Achso, wir sind... Entschuldige bitte. Entschuldige. Ich habe mal wieder überhaupt nicht geschaut, welche Gruppe wir eigentlich sind. Das ist sehr intelligent wieder gewesen von mir. Sehr äußerst intelligent. So, Radiergummi. Vorsicht, da kommt ein blauer. Okay, ich habe ihn runtergegangen, obwohl es bei mir echt wie Sau leckt heute. Erstes Blut. Oh. Habe ich das erste Mal jemanden getötet? Krass. Okay. Na dann. Ach. Das ist doch was Gutes, oder? So. Ähm, ja. Dann ziehen wir das hier mal an. Dann brauchen wir noch eine. Ach nee, Quatsch. Ich brauche Silber. Ja, Silber. Reicht da eins? Ich weiß es nicht für eine Rüstung. Müssen wir mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Jawohl, da kriegen wir eine Rüstung für. Perfekt. 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 Kampfzwerg. Kampfzwerg und Radiergummi. Cool. Das sind doch coole Partner, oder nicht? Ah, wir haben... Ach so. Shit. Das wäre gut gewesen, hätten wir jetzt noch hier so ein paar Blöcke gehabt. Nein! Aber vorhin hat das doch gepasst. Wir hätten das abgebaut. So, damit hätten wir den dümmsten Tod auch wieder abgehakt für heute. Ich hatte mir gerade eine Rüstung und alles gekauft. Scheißdreck. Entschuldigung. Trotzdem. Alles blöd. So, anziehen. Alter, bis man immer die Sachen hier gekauft hatte, ne? Das ist schon echt krass. So, anziehen. Und dann geht's jetzt weiter. Und jetzt gucken wir mal. Da ist noch nichts großartig passiert. Wir sind nur noch zwei Spieler. Na toll. Aber rot ist nur ein Spieler. Wer hat denn da jetzt einen Boden? Shit. Oh oh. Ich bin gleich hierüber. Da müssen wir mal was kaufen hier. So. Essen brauchen wir. Ach, da ist... Ach, rot. Da lang geht's zu rot. Oh Gott. Aber wenn da jetzt wieder jemand einen Bogen hat, dann hab ich da... Leute. Leute, wieso? Gott, das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Das tut mir so leid. Ah, wieso? Wieso sterbe ich immer so einen dämlichen Tod auch? Ernsthaft jetzt mal. Ergert mich tierisch. Das ärgert mich so dermaßen tierisch. Dass ich auch nicht langsam mache. Denn ich weiß, dass ich da manchmal sowieso runterfalle. So. Essen. Okay. Aber irgendwie scheint es so zu sein, dass die anderen auch nicht so besonders viel tun, oder? So. Langsam laufen. Über 50 Kurven. So. Der Weg ist schön gerade. Ach, der hat den Bogen. Und ich hab wieder keine Blöcke dabei. Perfekt. Der hat sich da eingebaut. Ja gut, was soll er auch machen? Ich mein, der ist ja alleine. Aber einen Bogen müssten wir eigentlich auch mal zusammenkriegen. Beziehungsweise. Ist ja eigentlich ganz gut, wenn wir eine Enderperle uns zusammen klauen würden hier. Dann kommen wir nämlich da rüber. Aha. Dann würden wir wahrscheinlich dasselbe machen wie wir. Komm schon. Gib mir rein im Bogen. Gib mir Gott. Ganz viel Gott. Ich möchte euch sein. Ich glaub, bis wir das haben, ist übermorgen. So. Ich sprinte jetzt einmal auf die Meterfläche. In der Hoffnung, dass mir jemand entgegenkommt. Aber es kommt mir jemand entgegen. Und das bin ich sehr besonders bescheiden. Und schlecht. Vor allem mit... Alter, warum haben wir immer noch keine Blöcke? Das ist schon wieder so typisch. Aber es ist noch nichts verloren, liebe Leute. Noch nichts. Es wird alles gut. Alles. So, jetzt haben wir mehr als genug Blöcke. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Gold. Mir kommt noch ein Gold. Kann ich unserem Kollegen helfen? Weil wir immer die anderen noch im Blick haben, dass sie hier nicht zu uns wohl gespültet kommen. Na, ich glaub, das bringt nichts, Herr Kollege. Aber ich könnte mir jetzt trotzdem mal noch ein Gold holen, was ich denke, dass es da sein wird. Einen Bogen machen und dann zurückfeuern. Und hoffen, dass wir ihn töten, damit er nämlich keinen Bogen mehr hat. Das wär doch mal was, oder... Genau, das probieren wir jetzt gerade mal aus. Ja, okay. Perfekt. So. Der hat sich da eingebunkert auf so einer Insel. Ach, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ach, das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Das ist so richtig dämlich. Das geht mir jetzt echt auf den Zeiger. Ich mein, jetzt war ich mal wieder voll ausgerüstet. Das ist das, was mich an diesem Spiel so dermaßen aufregt. Man ist voll ausgerüstet. Man ist voll ausgerüstet. Ja, und dann passiert sowas und dann ist alles, was man die letzten zehn Minuten ausgerüstet hat, ist einfach wieder weg. Futschi Kato. Futschi Kato. So. Seht ihr, jetzt könnte ich nämlich wieder in der Rüstung und das alles holen, aber das bringt überhaupt nichts, wenn ich da mal runterfahre. Ich brauche einfach jetzt einen blöden Bogen und einen blöden Pfeil und dann gehe ich da rüber und einen blöden Gegner und... Ich bin nicht bleib, ey. Bin alle gemein zu mir. Oh, die Runde geht schon ganz schön lang. Aber das ist ja auch... Also... Kommt mir das komisch... Mir komisch, fordere ich auch. Ich meine, die Teams, abgesehen von den Leuten, die jetzt rausgegangen sind, sind immer noch genau die gleichen. Grün 3, Blau 3, Gelb 2, Rot 1. Und alle haben noch ihre Betten und... Also irgendwie ist das echt komisch. Eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Runde. Muss ich zugeben. So. Ein neuer Versuch. Der steht da schon wieder mit dem Bogen, gell? Ah ne. Der wurde mit dem Bogen hinunter befördert. Sehr gut. So, schön aufpassen hier. Was hat der denn hier? Alter, was hat der für einen Bogen? Okay. Dann machen wir das jetzt so. Neuer Plan. Wir müssen uns besser ausrüsten. Wir brauchen einen besseren Bogen und wir brauchen bessere Rüstung. So. Der hat sich da so eingebunkert oder wir brauchen jetzt, wir warten jetzt. Genau, wir machen das jetzt so. So. Wir warten jetzt einfach, holen uns eine mega fette Rüstung oder mega fette Rüstung. Schwert und eine mega fette Kugel. Und dann ab da rüber. Der hatte zwei Schüsse und ich glaube, uns hat nichts gefehlt bis dato. Und mit zwei Schüssen, boom, machen wir Fujikaru. So. Jetzt holen wir uns erstmal ne Rüstung. Warte mal, was gibt's denn noch? Vier, sieben Eisen. Okay, dann holen wir die andere. Dann holen wir... Jetzt brauchen wir noch drei Eisen und dann holen wir die fette Rüstung. Und wir brauchen noch drei Gold. Dann holen wir uns unser... Glubschi, glubschi rüber, teleportier all die Dinge. Komm schon. Gib mir alles, was du hast. Sieben. Sieben reicht für dieses hier, dieses Krachtstück. Perfekt. Perfekt. So, dann haben wir das schon mal. Mal hier so. Ähm... Ich spinne heute. Nein! Was war ich denn? Zwei Paar Schuhe. Ach komm. Legen wir das andere Paar in die Kiste. So, dann brauchen wir ein mega geiles, krasses Überschwert. Was kostete da das teuerste? Fünf Gold. Schöffel zwei, Schöffel drei. Ja, aber wir können leider nur Silber jetzt im Moment dafür ausgeben. Okay. So, dann brauchen wir eine richtig gute Hacke. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Silber. Und dann haben wir jetzt auch bald das Gold alles zusammen. Sieben. Das reicht eigentlich. Okay, komm schon. So. Was wollten wir jetzt kaufen? Das habe ich schon vergessen. Eine richtig gute Hacke wird noch. Gut. Und dann müsste das jetzt eigentlich reisen. für... 13. Oh, 13 Gold brauchen wir dafür. Dann holen wir uns noch ein bisschen Futter. Runde. Also das ist eine ganz schön lange Runde, oder? Krass. Was kostet denn so ein Gesundheitsdrink? Lass mal schauen. Drei Silber. Okay, das können wir uns auch noch holen. Es tut mir jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr leid, dass das jetzt hier einfach sich zieht und zieht und zieht. Aber ich weiß im Moment keine andere Möglichkeit und wir kommen auch nicht jetzt schneller irgendwie an Zeug ran. So, dass ich das hier im Blick habe. So, drei. Bam, 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 bam. Hier genau. Ein Heildrink. So, und jetzt brauchen wir wirklich nur noch drei Gold und dann geht's ab. Ist jetzt blöd, TeamSpeak wäre jetzt ganz gut. Wenn ich jetzt jemanden hätte, mit dem ich mich unterhalten könnte, dann könnte ich ihm jetzt erzählen, was ich vorhabe. Ohne dieses ständige Geschreibsel hier. So, zwei Gold to go. Und dann ist hier Feierabend. Aus die Maus. Der baut sich hier einmal ringsum das ganze Ding. Es ist irgendwie eine merkwürdige Folge. Vor allem, man kriegt ja von den anderen so nix mit. Was macht denn der? Ach, der wurde wahrscheinlich abgeschossen. Okay. Ja, es tut mir jetzt sehr leid, Kampfzeug, aber wir haben's bald. Zwei Gold fehlen noch und dann geht's hier ab. Ein Gold fehlt noch. Ein einziges Gold. Komm schon. Komm schon. Gib uns Gold. Gib uns Gold. Gib uns Gold. Wir brauchen das ganz dringend. Es wäre sehr gut, wenn das jetzt gleich klappt würde. Ich würde mich super doll und außerordentlich freuen. Jawohl. Okay. Ab geht's. Oh, ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst, aber nein. Wir bleiben jetzt cool. Und wir rocken das Ding jetzt. Ich muss einfach nur treffen. Und warte mal. Ich mache jetzt das so. Okay. Einfach treffen. What? Was hat denn der hier aufgebaut? Alter, was willst du? Was machst denn du? So, jetzt mal hier rumlürgen. Steht einmal da mit Pfeil und Bogen. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie abgetroffen zu werden. Bitte nicht. 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 Scheibenkleister. Nein, das kann doch nicht sein. Nein. Oh Gott. Wieso? Scheiße. Gib mir ein Schwert. Fuck. Unser Bett wurde abgebaut. Das war ja klar. Oh nein. Na, okay. Das war's. Ja, Leute. Das ist jetzt blöd gelaufen. Mensch. Wir waren zu zweit. Wir haben die ganze Zeit versucht, zu Rot rüber zu kommen. Und dann kommt der alleine rüber. Und dann. Na. Kann man nichts machen. Das ist dumm gelaufen. Okay. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denn wir sind ja immer noch in der Lernphase. Das dürfen wir nicht vergessen. Und vielleicht wird's nächsten Mittwoch wieder besser. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zugucken. Und schaltet auch am Freitag wieder ein, wenn es so wieder heißt. Überraschung. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis Freitag. Bye, bye.